Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mama Box von Motrip. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mama aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Es ist das zweite Album von Motrip. Nach Embryo folgt nun Mama. Wir haben hier eine weiße Box, schlichtes Design. Wir haben hier, erinnert sich an so Schreibmaschinenschrift, Motrip, dann eine rote Linie und darunter Mama. Die Box in weiß und schwarz gehalten hauptsächlich. Hier unten haben wir noch das Logo von Universal. Und dann auf den Seiten einen riesenlangen Barcode. Und diverse Textzeilen aus diversen Tricks von Motrip. Und das Ganze auf der Rückseite dann nochmal ein bisschen stärker. Also was lesen wir hier? Wir haben hier im Libanon geboren. Die Krisen haben uns geformt. So irgendwas. Also diverse Textfragmente aus einzelnen Motrip Tricks. Okay, wir schauen mal hinein. Ganz eine reguläre Clubbox, die sich hier seitlich öffnen lässt. Dann haben wir hier einmal das Album, eine Bonus-IP, die Instrumentals, ein Shirt, zwei Sticker, ein Notizbuch, ein Poster und ein Bleistift. Die Box von innen glatt weiß. So, nachdem diverse Inhalte hier noch in Folie, in Plastik eingeschweißt sind, werden wir das mal aus dem Plastik befreien. Also das Shirt. Und dann sowohl die Instrumentals als auch die Bonus-IP, also das Album an sich, allesamt noch verpackt. So, dann machen wir mal die Instrumentals auf, wenn es gelingt. Ganz so einfach. Also, die Instrumentals. Lange, lange haben wir auf dieses Album warten müssen. Das erste Album, Embryo, ja doch schon ein paar Jährchen her. Würde mich natürlich freuen, wenn Motrip ein bisschen regelmäßiger neue Sachen released. Aber das ist natürlich seine Sache. So, irgendwie scheitere ich gerade dabei, diese IP zu öffnen. Weil es gibt hier auch nicht wirklich so eine dicke Schweißnaht. Und ich habe echt Schiss, dass ich diese Papphülle hier irgendwie noch beschädige oder verbiege. Und ich habe jetzt auch noch eine Biege. So, aber jetzt hoffentlich. Jawohl. So, das war eine schwere Geburt. Das ist immer so eine Sache mit diesen Papphüllen, mit diesen dicken Sleeves. Und dann haben wir als letzten Bestandteil natürlich noch das Album aus der Folie zu holen. Das ist natürlich deutlich leichter. So, über vier Minuten, bevor wir überhaupt zum eigentlichen Inhalt kommen. Das ist natürlich ein Negativ-Rekord. Okay, wir haben hier das Album an sich. Auch hier wieder diverse Textzeilen, die allerdings durchgestrichen wurden. Aber trotzdem kann man die hier mit ein bisschen Fantasie entziffern. Also hier steht unter anderem, Mama sagte, du bist der, der die Verantwortung trägt, sie hat und so weiter. Also könnt ihr euch natürlich dann mal in Ruhe damit auseinandersetzen. Spannenderweise haben wir einen Barcode auf der Vorderseite. Sieht man echt selten. Links das Ganze blank weiß. Auf der Seite lesen wir auch wieder Motrip Mama. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl. Auch die Tracklist hier wieder durchgestrichen. Wir haben Features von Elmore, das ist ja der Bruder von Motrip. Semideluxe, Sido, Asadu Manuelsen, Haftbefehl und Larry. Also 16 Tracks und jede Menge Features. So, dann schauen wir mal kurz in das Booklet. Vor dem Booklet allerdings noch so ein Einleger drin. Einmal Motrip Live 2015. Hier haben wir diverse Dates. Und dann haben wir hier einen Info-Flyer über Social Media bzw. Merch. Okay. So sieht das aus. Eine Abbildung von Motrip. Allerdings hier wieder schwarz durchgestrichen. Für Mama. Also hier die Album-Widmung. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks Wort für Wort abgetippt. Immer wieder hier diese roten und schwarzen Beifügungen, diese Korrekturen. Aber hier ist wirklich Track for Track abgedruckt. Dann haben wir hier wieder eine Fotografie großteils geschwärzt. Und weitere Texte mit diversen Verzierungen. Gut. Sehr eigenartiges Booklet in meinen Augen. Aber es passt natürlich zum Gesamt-Artwork. So, Einleger machen wir auch wieder rein. So sieht das Album aus. Das Album. Die CD. Ah, seitlich. So. Hier lesen wir einmal Motrip Mama. Oben spiegelt genauso wie die Rückseite. Heftig auf jeden Fall. Rückseite hier in dem Fall dann weiß. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Sieht so aus. Motrip Instrumentals. Und dann haben wir hier so diverse Ton... Wie heißt denn das? Notenspiegel oder Tonleitern, aber eben nicht ausgefüllt. Wir haben hier nur einen Violinschlüssel. Notenschlüssel. So, dann haben wir auch hier wieder die 16 Tracks aufgeführt. Also die Instrumentals. Und so sieht dann die CD aus. Motrip Mama. Genauso spiegelnd wie auch schon die Album-CD. In einer Bar-Pülle in einem Digi-Sleeve. Und dann haben wir die Bonus-EP. Die Alien-EP. Genau. Und auf diese haben wir 9 Tracks. Und auch hier wieder einige Features. Joker und Silla. Alias. Lito. Fabian Römer. Aki. Biso. Und Mighty Mike. Das dann die Alien-EP. Komplett. Alle 3 CDs in dieser Spiegel-Optik. Und diese ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir 2 Sticker. Einmal diesen hier. War das 5. Rad. Heute triumphier ich allein. Heute triumphier ich allein. Auch wenn sie dreist sind und zweifeln. Hier steht die 1. Also das glaube ich aus dem Track Simple Mathematik. Motrip. Und dann haben wir noch diesen Sticker hier. Mama. Beide rechteckig. Ein Poster ist auch noch dabei. Relativ klein. Also wir haben hier. A3 dürfte das müsste das sein. Motrip in schwarz-weiß. Seitlich abgebildet. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Im Hochformat. Und bevor wir zum Shirt kommen. Haben wir hier einmal so ein eingebundenes Buch. Fühlt sich auf jeden Fall schön an. Motrip Mama lesen wir hier noch. Und das Ganze ein Notizbuch. Also hier kann man jede Menge Sachen hineinschreiben. Und wir haben auch noch in diesem Notizbuch einerseits ein Lesezeichen. Um die entsprechenden Seiten zu markieren. Und darüber hinaus haben wir hier hinten noch so einen schwarzen Gummizug. Um das Ganze hier dann wirklich zuzuhalten. Zusätzlich zu dem Buch gibt es auch noch einen Bleistift. Auf diesem lesen wir Schreiben, Schreiben. Der Bleistift in Gelb gehalten. So sieht das aus. Also eignet sich natürlich dann, um das Buch entsprechend mit diesem Bleistift zu beschreiben. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein T-Shirt dabei. So sieht das aus. Also ein Shirt in weiß. Und dann haben wir hier auf der Brust wieder diese Zeilen, die wir schon vom Cover kennen. Also diese durchgestrichenen Zeilen. Der Barcode hat sogar auch auf das T-Shirt geschafft. Interessant. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Soft Style in der Größe L. 100% Baumwolle und Made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesen Textzeilen durchgestrichen und diesem Barcode auf der linken Brust. Ansonsten ist das Shirt wirklich glatt weiß. Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher in meinen Augen. Gerade wegen diesem Barcode. Also das sticht echt ins Auge. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde dieses T-Shirt persönlich eher nicht tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dieses gebundene Notizbuch inklusive Bleistift. Dann haben wir ein Poster einseitig bedruckt im Hochformat A3. Diese beiden Sticker im Querformat. Die Alien EP. Die Instrumentals. Beides im Digi-Sleeve in der Fabhülle. Und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mama von Moldtrip. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moldtrip unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.